Herzlich Willkommen zu BattleBlockTheater mit eurem Basmati-Team, bestehend aus mir, dem Nikolas und dem Christopher. Ja, moin. Guten Tag. So, wir gucken uns das witzige Spiel mal an. Ich mach da mal hier so ein Online-Spiel-Gedöns. Äh, ein Spielsuche-Hosten. Äh, Schnellspiel? Ja, Horsten. Die Geschichte, normal, öffentlich, nur für Freunde. Bereit, 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 bereit. Äh, guck mal, ob du mir jetzt zu, äh, äh, joinen kannst. Über Steam? Ja, probier mal. Genau. Ja. Nice. Funktioniert schon. Ja, fett. Ah, Mann, du hast auch den Sternen geholt. Ey, du siehst genauso aus wie ich. Ja, ja, du siehst genauso aus wie ich. Wow. Zwei, eins, go. Good evening, boys and girls, ladies, hmm, and a gentleman. Turn the lights down low and shut your faces as I wrap you in the cozy blanket of a story. A story as heartwarming and soft as a mother's kiss, or is it? Once upon a time, there was a boat. Now, this wasn't just any boat, children. It was a ship, a ship full of friends, hundreds of friends, best friends, one and all. A veritable friendship it was, get it? But it wouldn't be very ladylike of me if I didn't mention the most noteworthy friend on board. Hattie Hattington. Say hi to Hattie. Hattie was like King's friend of Friendship Kingdom, best friend to one and all and the walking definition of handsome gentlemen. Now, one fine morning, Hattie and Pal set out for a new exciting adventure. What fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary, swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. So long as they were together, there were smiles to be had and adventures to be shared. Now, today, twas a day like any other adventury day. Spirits were uncrushably high. Everyone was singing and dancing and having a jolly time. When suddenly the ocean was all like surprise and a huge, massive storm brewed out of nowhere. Wuzhoo, 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 shoo, 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 that was quick. Wuzhoo, shoo, 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 shoo. And there was thunder, boom, and the lightning, boom, and the wind, boom, wuzhoo, shoo, 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 shoo. And like that, it was over. Is everyone okay? Said Hattie. I don't know what I'd do if I lost even one of you. Hattie continued. But the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it because the ocean was all like psych. And it came back even bigger this time, twice as big. Was schau, 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 schau. Als es Poseidon himself extended his hand in friendship and they spat in his mouth. Was schau, 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 schau. Boy, he was mad. Schau, schau, schau. And the rain came down like a shower of bullets. Ah, ah. And the floorboards were buckling and creaking and breaking and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, really? What tipped you off, genius? And then Harry was all like, hey, be nice. Woo, schau, schau, schau. Those giant waves thrashed the boat to and fro. Fro and two. Carelessly sprinkling friend after friend in the cold, unforgiving, bits of the deep shark ocean. Everyone was screaming like, help me, splash! And there was this huge whale like, muaaaaan, made it super scary. And I think there was a shark. Yep, there he is. Oh, God. Woo, schau, 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 schau. And then Harry was all like, hold on to your butts, land, ho, and bang, 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 smash! A shipwreck has foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS friendship. What a strange, mysterious island. And what's this? The shore is riddled with little friend-sized footprints. I guess the tide brought them to land. How utterly convenient. Where have they gotten to? Who knows? I don't... Do you? I don't... Do you? I don't... Do Elkau! Two battles lost here. Go inside. The door. When you... Anytime. timer. T- Hey, wie schlägst du? Pfff! 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 A-ha! Achso, schlägst du! Pfff! 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 Oh, okay, lass mal spielen jetzt und nicht so scheiß machen. Das ist schon blöd, dass wir gleich aussehen. Ja, leider. Kann ich das irgendwie ändern? Weiß es nicht. Ja, kann ich. Wie denn? Warte. Ah, Spiele-Einstellungen? Ja, genau. So. Ach du Sack, ey. Ey, irgendwie wurde das nicht übernommen. Ey, ich bin immer noch so... Wie übernimmt man das denn? Einfach nur A-A-A-A durchspannern. Egal. Okay, jetzt lass mal hier irgendwie weiter. Also irgendwie ein bisschen ziellos gerade. Oh. Oh, hier. 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 Irgendwie Doppeljump. Oh. 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 Ich glaube man darf da nicht rein Ah, du musst mir helfen Bin schon dran Du musst da drauf Hier guck mal, wenn du da drauf stehst, wirst du es hochgeballert Du musst mich vorne schmeißen, warte Gehen wir das Stück zurück, sonst falle ich hier runter Nein, du musst da stehen bleiben Oh nein, da ist Exit Hol das Ding, komm mal zurück Jetzt glaube ich, jetzt müssen wir nochmal hier hin Aber noch nicht ins Exit Ich wünsche da rein Ja, jetzt können wir Sauber, direkt zusammen runtergespielt Sehr cool Von der Spielmechanik macht es auf jeden Fall sehr Spaß Vor allem einfach Oh, da oben ist schon Ja Warte, ich kann nicht hier rüber Stell dich mal bitte hier auf den braunen Block Nein, auf den hier Hier, hier, hier Genau, stell dich mal drauf Nein Ich kann dich auch hochschmeißen Ja, spring auch mal hoch Ja, hochschmeißen Spring auch mal hoch Spring auch mal hoch jetzt Dann kann ich Ja, oder so rum Genau Ja, genau Ja, genau So Nein Muss näher ran, irgendwie Oh Ja Wie soll ich jetzt da rüberkommen Springen wir da gegen die Die Lava-Dinger da Jo, sauber Oh, hey Hey Ich hab doch gemacht hier Blö Wow Oh Ey, wie kommst du denn durch die Wolken da durch? Du musst nach links jetzt Was bringt das, wenn man sich so in den Boden pflanzt? Oh, Alter, das hier sieht hart aus Keine Ahnung Warte, ich muss nochmal zu dir Ja Wasser können wir nur zu zweit machen Oh Ja, vielleicht ist das irgendwie sinnvoll Hey, hier rüber müssen wir noch Außerdem, wenn man sich hinsetzt oder so Weil, wenn man weit springt Oh So Jetzt schmeiß ich da rüber Muss ich andersrum stellen Andersrum hinstellen Hä? Jetzt Oh, oh, nein Knapp Soll ich die überhaupt machen? Okay, haben wir alles? Ja Ah, ne, da unten ist noch was Nein Hat man irgendwie Leben oder sowas? Ne, ich glaube, man kann nicht sterben Oh, shit Abs Nein Okay, gut Wow Nein, nein Oh, nein Oh, nein Dauer Das ist witzig Ja, alles eingesammelt Abgeschlossen Und ab geht die Luzi Ah, weg mit dir Oh, der wirft'n Ball Ich kann auch werfen, Junge Komm, fress den Scheiß hier Voll in die Presse geschlagen Redpack, Alter Redpack, Alter Wie benutze ich das? Fliege mal auf Ich weiß nicht Ich brauch eins, ey Ich brauch eins Hä? Wow, 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 wow Ah, nice Oh, dann müssen wir trotzdem nochmal hier Ey, ich bin auch eins Nein Nein Alter, das fliegt ja voll irgendwo hin, ey Ah Nein Ja Ja Sauber Wow Bro, Alter Ey, du musst nochmal Ah, hier unten müssen wir aber auch noch hin Komm mal Nein Nein Ich bleib stehen Bleib, okay Nee Oh Ah, okay Wow Das war knapp Nein 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 Boah Alter Das war richtig knapp Haben wir alles? Nee, wir haben das Volk nur noch nicht Erstmal rüber Das heißt, ein Boot Ah 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 Ah, okay Warte Ich muss dann hier auf dich warten Ja Oh, Alter Sorry, ich bin ein bisschen abgegangen Nein Was war das denn? Ich denke mal, die ersten Level sind sehr einfach, aber ich glaube, da kommt noch viel mehr Und ich glaube, Steam Workshop bietet auch noch einige, wie ich das gesehen habe Jawohl Ah Oh, nächstes Level Ah, ne, hä? Doch, ja Ja, zwei und drei haben wir freigeschaltet Ähm Das ist wohl diese Ladeanimation Hä, ne, Moment, hier waren wir doch schon Hä, hier waren wir doch schon Oder? Hä? Achso Nee Wo ist der? Nee Das haben wir auf jeden Fall schon gemacht Ja Deswegen ist es vielleicht auch freigeschaltet Ja, das kann sein Oh, Giftjob Das heißt, ich gucke uns ja Dann was Schönes kaufen Möchtet ihr ein paar Gefangene freischalten? Oh Oh, nee Oh, jetzt habe ich was gekauft Du hast einen Gefangenen befreit Ah, da, wir haben so 19 Dinger Ne, ich will um nicht noch einen Prisoner Ah, hier können wir noch welche freischalten Ja, die haben einen eckigen Kopf Und die haben runden Kopf Ah, ja Okay Ziel Alter, schreck mich doch nicht so Ey, ich habe da nichts gemacht Ne, ne, ich meine Äh, dieses Spiel halt Das Level Ah, geil Ah, hier kann ich für Wollknorl irgendwie Für diese Wollknorl, Leute Hier kann man Gefangene in jeder Form kaufen, Alter Was bringen die denn? Ich weiß nicht Ich will es halt nicht direkt ausgeben Ich will lieber mal sehen, was es gibt, weißt du Äh, ich kann hier gar nichts drücken Oh Wow Äh, hier kann man irgendwie so Wow Geh mal rein Hä? Was, was ist das? Jetzt wird mir irgendetwas angezeigt Aber was, was, was wird das jetzt? Einen Wollknorl habe ich gefunden Drei Stück davon Und jetzt können wir tauschen Hä? Ihr Handelsstabstum steht ja da Das heißt, wir können da handeln Ah, ja Hier untereinander Oder mit jemand anderem noch Hier ist noch so einer Okay, cool Okay Ja, brauchen wir aber nicht Ähm Ja, hier gibt es Waffen und Zubehör Gegen Wollknorl Fünf Stück Hamba war ich Nee Wie kommen wir denn jetzt noch mal hier runter? Achso, das stimmt Wie eben auch Ja, dann lass dir gehen, oder? Ja, in anderen Formen halt Äh Ah, da oben ist der Hattie Guck mal Das ist der Typ, ja Der hat, oh, shit Hat der viele Steine, Alter Ja, aber ich auch kann sagen Der hat extrem viele Steine Ja, die sehen so witzig aus Irgendwie Die Wachen da Wieso Keine Ahnung Irgendwie ist die Hattie ist am Heulen Stimmt, hier geht's weiter Oh nein, du hast mich runtergedrückt Sorry Okay, den da oben müssen wir irgendwie töten Nein Fuck, pass auf Alter, sind die krass irgendwie Ich hab einen weggemacht Ja, ich ruf mich Nein Hab ich Ja, nice Nein Fuck Oh Komm hierhin Warte Ah, warte Oh, du musst unten durch Ich bin jetzt auch trüben Oh Na Ah Drecks Katze Vieh Zieh dich Hau mal Mich auch noch Nein Ich wiederhob mal den Scheiß Juwel Ja Wollen wir das irgendwie wegmachen Nein Nice Oh, sorry Da wollte ich gar nicht hin Aber ich glaube Wir sind aber schon fertig, oder? Ich glaube, wir hatten das Volkfreund nicht gehabt Oh, das wäre natürlich jetzt blöd Noch hatten wir Ja, sehen wir jetzt Nein, wir hatten zwei Dinger nicht Oh, schade Fuck Nur ein B Egal, können wir bestimmt nochmal spielen, falls wir alles perfekt haben wollen Aber ist ja nicht so wichtig Wow Gehst du ab, Alter Ja, da ist irgendwie so ein Eisding Wow Hier ist irgend so ein Todessymbol Ja, ist es Okay, hier faul ich dich wieder Ah Warte, mit dem Eis, das weiß ich nicht Ich glaube, das schmilzt irgendwie Wo, wo, wo Nein Nein Ich glaube, ich muss mich unten werfen Nein Oh, nein Ich dachte, ich wäre ich Äh, du Komm mal hierhin Nein, zu weit Ja Nee Ey Hä, das geht nicht Oh, mei Nee, unten Jetzt Ja, ja, ja Okay, nochmal Nein Ah, fuck Okay, warte, bleib da stehen Nein Nein Oh, nein Hä? Da musst du irgendwie Ja, genau Du musst dich erst tragen lassen Und dann am Schluss springen Weil sonst bremst du diesen Schub da ab Ja Genau Okay, jetzt muss ich irgendwie Jetzt musst du sie hoch Hä? Moment, sie hoch komme ich gar nicht Hey, da unten auf diese Dinger Auf diese Lava Ah, ja Gar nicht gesehen Glück gehabt noch Was machen diese Eisen Oh, Alter Da wird sich mal voll Guck mal hier Ja, Mann Ist das geil Ja, warte mal Es ist gut, ey Hä? Ah Boah, Alter Manchmal geht das so mega ab, ey Geil Ey, man kann da sogar wieder hochschwingen Guck mal hier Die drehen mich ja voll auseinander Oh, ich komm runter Ja, safe, safe Ja, nice Das war ein gutes Teamwork Ah, oh Mann, ist das mies, ey Das Eis ist mega mies, ey Oh, mein Gott Oh, Mann Nein Ich kam da wie mit dem Kopf dran Nein Warte, jetzt ich mal Oh, hier ist schon Exit Alter, wie kommen wir denn da zu den anderen Punkten Ja, hier Oh Ey, wir müssen ja noch nach links da komplett Und wir müssen Wie komm ich denn unter diese Wolke hier Warte Habe ich nicht Huah, wie soll ich denn da rüberkommen, ne Ja, vor allem sind ja so Zacken Die machen nicht Mulu Bist du tot? Ähm Ich muss schnell überlegen Wie ich da rüberkomme Oh, lol Ich bin so ein Hänger Warte Bin unterwegs Ach, da kann man durchlaufen Oh, nein Hier geht's aber nicht weiter Ich dachte, hier ging's noch weiter Hä? Ja, da kommen wir ja auch nicht runter Hä? Oh, lol Wie hast du das jetzt gemacht? Ja, du bist halt tot, wenn du da bist Ja, aber Ganz normaler Doppelsprung Hä? Oh, was ist das? Wie ist das? Ey, vielleicht wenn ich hier dich im richtigen Moment hoch springe Ja Okay Und los War klar, dass das nicht funktioniert Ja, beim ersten Mal bestimmt nicht Ich muss mich... Oh, nein So, im richtigen Moment Oh, nein Oh, nein Oh, nein Quick, quick Quick, quick Nein Oder schon hier Warte Spring mal hoch Spring mal Spring du auch mal Nein Nein Oh, shit Ich bin weitergekommen Oh, shit Nee, alter Man darf irgendwie nicht so an die Decke kommen Ja Nee Oh, okay Ich hab echt null Plan Wie man da hinkommen soll Ich weiß es auch nicht Sollen wir einfach fertig machen Ja, komm Ich straff's nicht, ey Keine Ahnung Ähm Ja, okay Alles bis nach das Volk Weiter geht es Ähm, warte mal Ja Ja, äh Wie es dann weiter geht Das zieht ihr in der nächsten Folge Tschö Ciao